Wie war hart auf die Fresse kriegen, Alter? Das ist doch nicht wahr. Ich war im Sack, ey. Alter, das war ein bisschen knapp. Boah, diese ganzen Taschen, ne? Loot-Paradies, wa? Oh ja. Mach's auch immer, wenn ich einen Lob fahre, Alter. Erstmal looten, ey. So, hier. Betrete das Hotel und rein da. Ja, das soll ich auch immer machen. So, bevor wir weitergehen, erstmal was trinken. Meine Stimme versagt. Es ist scheiße dunkel hier drin, ne? Drück mal T. Alter, hier liegt ein Schuh. Ich komm hier nicht rein. Ich komm hier nicht rein. Ich auch nicht. Ok, dann... Hi. Who are you? What are you doing here? Oh, I can see you through the cameras, friend. I'm with security. Name's David. Oh. Wow. Unsichtbarer, wenn wir schliebens. Hallo. Der Albtraum für jeden Zocker, ey. Ich hasse. Oh. Wie in Regel Ausweis. Ja, ich mach hier gerade nur... Ja, ich mach hier gerade nur... Bist es Jakobsenplatte, oder so? Keine Ahnung. Junge! Ach, dir gehört der Schuh. Das war ein Schuh. Wollt ihr dann auch so flotte Lenzen, ey? Boah, Alter. Ach, das sind gar keine unsichtbaren Männer sind. Wow. So, wird es Zeit für einen Basie in Action. Ach, ich erinnere mich gerade. Du kannst Waffen upgraden. Nur mit Geld. Aber wenn du die modifizieren willst, dann brauchst du natürlich den ganzen Scheiß, ne? Ja. Hier ist ein Fakt. Snacks. Routineriegel. Und Energydrinks. Geil. So muss das. Ich habe ihn in die Wand verprügelt. Ja. Was sagt du denn jetzt Hang On? Hm. Keine Ahnung. Ich habe gerade damit beschäftigt, einen Zombie wegzuplatschen. Oh, hallo. Ja, ist okay. Ich gehe erstmal hier lang. Was machst du? Oh, okay. Danke für diese Konversation. Der hat ein Paddel. Oh, oh, oh. Ja, 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 ja. Junge, ich esse erstmal Frucht, ey. Und einen Proteinriegel. Und noch eine Frucht, Junge. Alter, guck mal, wie viel Alkohol hier ist. Wo kommst du denn her? Alter, Alkohol. Wow, da hatten die dann einen Schlag kriegen gehabt. Äh, man sieht sich wieder aus. Ich krieg Aangst zuständig. Alles looten, ey. Oh, hier ist es aber scheiße dunkel. Jo. Oh. Good, Anya. Du hast es so weit gemacht. Unfortunately, das ist so weit wie du gehst. Das System der Sicherheit hat die Tür geöffnet. Ich kann immer noch helfen, dass du durch den Parking. Aber erstens, du musst mir etwas sagen. Mein Partner, Ken, versucht er zu machen, hier, als er in einen Mob von diesen... ... diesen Sachen. Wenn du Ken findest, ich erzähle dir, wie du nach dem Parking Garage. Right? Ken. Ist bestimmt bei Barbie. Wo müssen wir hin? Weiß ich nicht. Wir müssen hier runter. Ja, Fahrstuhl ist eine gute Idee. Angst, 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 Angst. Bist du Ken? Bist du Ken? Hallo, bist du Ken? Wow, ganz kurz mal. Warte, ich muss meinen PC wieder auf High-End-Beliftung stellen. Bufo gestartet. Oh, jetzt ist noch so. Ja, ausreiß, geperlen, scheiß. So. Ja. Lass mal ganz kurz warten, bitte. Ich muss erstmal meine Taschenlampe wieder aufladen. Hier kann man jetzt so eine Fahrstuhlmusik einblenden, glaube ich. Wie kann ich jetzt eigentlich Sachen werfen? Hm. Guck mal, wenn du die Bewegung machst. Ich schaff's. Oh, bloody berry you. Vorsicht, ey, Vorsicht. Alter ist was tot. Ach, jetzt hab's mir mal einen Moment geklaut. So. Ich wollt einfach so ein cooler stehen bleiben und dann kippt er direkt vor mir um. Nice. Routineriege Tippwanda ist ein Stück leise Spaß Wow! Das war gerade eine Filmadoption Hier liegt ein Hammer. Hier nehme ich nicht mit. Aber den Snack esse ich früher Eine ganze Meute. Finde ich gut. Ich habe ja nicht mit sonst Molotovs ausgejustert Ja, was ist das Ding? Alter, okay. Lass es mal machen, ne? Du hast eine Lautspistole. Fast Nein! Nein! Oh fuck! Alter, ich gehe nie wieder um eine Ecke. Ist egal Und was hast du gemacht? Da sind ein paar. Werf mal Molly Es sind schon nur zwei Cool Wow Ah, Stufenaufstieg. Sekunde Nein Nein Ja, die sind ein bisschen schnell Ja Alter Machst du es schlimmer als Zombies? Brennende Zombies Ich brenne auch Ja 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 Ich brenne Ja Ja Wunderbar Ich brenne richtig hart Oh, hier willst du rein. Komm mal mit Ne, Sekunde bitte Ähm Und erst mal grad hier klarkommen Ne, komm, 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 komm mal zu mir Dann kommst du mir Das hört sich schon an wie eine Falle, Alter Nein, komm mal her Ich will nur das Beste für dich Irgendwie glaube ich, der ist jetzt schon blit Komm her Weapon ist das Interrating Ah, das Integrating Weapon ist das Integrating Weapon ist das Integrating Nein Zeitpunkt ist zu nicht schlecht, um hier zu verkacken Komm jetzt mal zu mir Ich glaube ich hab so ein Wumba wütend gemacht Alter, lass den Wumba Wumba sein Muss mal grad Gewey Geh doch weeg Ich muss so schnell die Waffen wechseln, Alter Was war das jetzt? Ja, da hat dich noch schön weggeklatscht Du bist noch was Haller, Alter Und jetzt Wieso ist meine Taschenlampe die ganze Zeit leer? Was soll das? Ja, warum machst du dich doch die ganze Zeit an, Alter Weil ich nix sehe Mach die Augen auf Alter, ich hab das Spiel düster eingestellt Das ist für den Faktor Damit ich mich richtig einscheiß, wenn ich schon scheißen muss Hier sind so viele Kühlschränke, Alter Ich nehm einfach alles mit, es mir egal Ich seh gar nicht was das ist, ich pack das einfach ein Ich könnte mir jetzt auch so ein Alien-Virus quasi Reinschleusen, ja Das geht mir genauso Wer bist du? Da sind fliegende Leiche Aber ich nehm trotzdem alles mit bei dir Getränke Pakete und Oh, hallo Oh, Energies Das hört sich bei dir immer an, wenn du die trinkst Dann willst du dich doch mit einsprühen, Alter Mach ich auch Wir sind erst Hilfespray Jetzt guck mal Ach ne, hier ist gar nicht der Raum Schade Wo ist denn der Raum, den du meintest? Na, komm mal mit Ja, springen über Gas her, das ist ne gute Idee, generell Das funktioniert Hier der Raum Wieso höre ich gerade die Eier auf den Taiger, Alter Wieso tue ich da gerade rein? Was weiß Aber hier, guck mal, Boxübungen Eye auf den Taiger, Rambo Ach ne, das ist ja gar nicht Rambo Ach, wie heißt der? Doch Rambo ist doch ne? Ne, Rocky, Rocky ist doch Ja, ja, so Ich wusste, wusste, wusste ich doch Ich hab noch keinen der Filme gesehen, aber wusste ich Was? Ja Das ist ne Wissenslücke, Alter Alle gucken bitte Alle Rambo-Filme Außer, obwohl Ich wollte den neuesten jetzt auch mal gucken Und den letzten Neuen, der auch schon alt ist, auch Also, Creed Heißt, da sind ja die neuesten Rambo-Filme So heißen die auf jeden Fall Hier ist noch ein Ausweis Hab schon aufgesammelt Wir müssen sogar hier lang, whatfuck Möchte ich bitte erstmal Über den Gasherd springen Mhm Wieso hört sich das an, es wird mich ein kleines fucking Kinder im Horrorfilm verfolgen, Alter Ja Wenn du läufst, ey Meine Taschenlampe die ganze Zeit Ganz ehrlich, Kauf und Marke was Taschenlampe angeht Da bist du das Ja Denkst du, man kaum schreckt mit Maglite, Alter Ja Du bist auf jeden Fall für die nächsten 100 Jahre ausgesorgt, ey Hier liegt ein Fakt Ach du Scheiße Mach doch sowas nicht Ich hab mich pissen Eingepisst Ich auch Ich kann auch kein Deutsch mehr jetzt, weil du hast Deutsch kaputt gemacht bei mir, aber Alter, dieser Polizist in der Stadt genau Guck mal, so wie ich jetzt hier, der stand der Ja Guck mal Guck mal Hey, du kannst dich hier auch, äh, zertreten, ne Ja Guck mal, so, so wie ich jetzt stehe, dann stand der Polizist gerade Der da Alter Sie ist mir gerade auch so eingekrackt Das ist, äh, nachvollziehbar Die Taschenlampe schon wieder Oh Auch ein schönes Bild hier am Ende eines Gangs, so ein Manager Typ Boah, geh mal mit deinem Ebola-Cop sonst wohin, ey Ebola-Cop Klingt der an, hier rumzuschreien, obwohl ich nichts getan hab, ja Ja, not seiner Nein Oh, Junge Hier ist ne Merkbank, hier kann ich erstmal ne Scheiße reparieren Gott sei Dank, ey Oh ja, ich muss nämlich dringend was reparieren, Alter Ich muss alles reparieren Ich hab ja jetzt erstmal ne High-End-Waffel Das kostet 82 Dollar, die zu reparieren Ja Ach ne, das kostet 1000 Dollar, die zu reparieren Trotzdem Ja Ich hab nämlich 1000 Dollar Fahne Komm, erstmal alles reparieren, was ich hier habe Ich hab jetzt nichts, was ich irgendwie verbessern will, wa? Ja Also abgeräten will Ja Oh Oh Du bist noch am machen, ne? Ich bin fast fertig jetzt, so Okay Mach schon mal die Tür auf Hammer hat er dabei, Alter, nehme ich gar nicht erst auf Ach, Luxus-Problem Ich will nur Geld haben, also kann ich alles machen in dem Spiel, alles Was ist das? Wieder ein Hammer? Hau mal ab, Alter Du scharfe Waffen, ich bin Expertin für scharfe Waffen Weißt du, was ich dazu sage? Guck mal Jo Wie du ins Leere trittst Nein, ich drücke die Leichen gerade ins Wasser Hier ist ein bisschen rutschig, Alter Ich glaube, ich ruf mal den Inhaber des Hotels an, beschwere mich hart, ey Auch, dass meine Taschenlampe hier die ganze Zeit ausgeht, ist nicht meine Schuld Ja, ja, zähl mal ne Runde Oha Little bit scared Nice Ich will hier schon grunzen, dann gehen wir doch noch mal rein Minus Kopf Plus Schmerz Plus Schmerz Ja So viele Snacks mich rumliegen, ich schwirr wird Hm? Wo? Mann Ich schwirr Ja, dann Treppe hoch Go Go, go Power Rangers Junge Okay, du vorne, ich hinten Ah, du der Favorit von hinten bist, aber war mir schon fast bewusst, ey Ist doch mal Ähm Meine Taschenlampe ist so hart am Limit die ganze Zeit, ne Was tust du? Haha Hahaha Hier geht ein Zombie mit dem Stock auf mich los, Alter, was geht denn jetzt ab? Meine High-End-Waffe ist fast schon wieder kaputt Ich finde das Gesundheitssystem hier auf dieser Insel finde ich ziemlich geil, Alter, du brauchst keinen Arzt, du brauchst nur Energy-Drinks und Protein-Bars zu fressen und alles ist wieder gut, ey Ja Dass du nicht nur auf der Insel so geschmackt hast, genauso Aber abgesehen von, 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 von diesen, Energie-Bars, äh, können ich mir einen Sticker oder einen Spicks, passt das? Hm Gut zur Hölle, müssen wir hin? In Oh, hier Wow Wow E 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 Vielen Dank.